Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange Fußball gespielt. Aber ich habe noch nie gesehen, ein Spiel genau heute. Für mich ist das nicht Profi-Mannschaft, das ist nicht Profi-Fußball. Ich habe Unglaube. Und ja, für mich muss ich ungefähr eine Stunde kein Schiss, ein Tor, kein Ball, für mich kein Pass. Die Mannschaft weiß nicht, welche Position im Platz, kein System, gar nichts. Ich habe noch nie gesehen, ein Fußball genau heute. Wie schwierig war es? Sie haben ja nicht einmal die Chance gehabt, überhaupt aufs Tor zu schießen. Kein Ball? Ja, das ist schwer. Für Stummer. Ich spiele genau so in diesem System, oder muss ich, dieser Fußball ist schwer. Hier muss ich, oder, die beste Stummer der Welt, ich spiele genau in einer Mannschaft, genau hier, oder ich spiele genau heute, es ist kein Tor. Es ist Unglaube. Nur langer Ball, langer Ball. Es ist kein Fußball. Das ist kein Fußball. Was muss besser werden? Es ist keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht nach Brasilien. Danke.